Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man nur so fett sein? 290 Kilo! Ich meine, man muss doch irgendwie, wenn man läuft, man kann auch weniger essen, aber sonst was. Aber 290 Kilo, ich könnte mir nicht vorstellen, so dick zu sein. Das ist einfach, das ist mir einfach, ne. Da muss ja schon die Feuerwehr kommen, einen raustragen, das geht überhaupt nicht. Und sowas dann im Fernsehen, Leute, nehmt ab, treibt Sport. Also ich mache mich auch nicht lustig über Dicke oder so, aber das geht echt nicht.